Hallo und herzlich willkommen im Kanal der Parkapotheke. Mein Name ist Mali Scheller, ich bin Apothekerin, Heilpraktikerin und hier die hauptamtliche Videotante. Und ich sammle hier Wissen für dich rund um die Themen Gesundheit, Naturheilkunde, Fragen zu speziellen Medikamenten, Krankheit, was es halt alles so gibt, kreuz und quer. Und wenn dich irgendwas davon interessiert, dann drück doch einfach kurz auf Abonnieren, denn dann bist du dabei. Und wenn dir dieses Video gefällt oder du Fragen hast, dann schreib mir doch einfach kurz hier unten in den Kommentaren. Und dann gibt es nämlich noch unser Freitagsspecial, alle zwei Wochen, gibt es unser Videosspecial Frag die Apothekerin. Und da beantworte ich Fragen von unseren Zuschauern. Also, kurz abonnieren klicken und vielleicht bist du ja auch schon bald dabei. Vielleicht mit einem Video, in dem ich auf eine Frage von dir antworte. Also, los geht's. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.